Was gesagt, ForzaFam, herzlich willkommen zu einem neuen Special. Heute geht es um die spannendsten Meisterschaftsrennen der letzten zehn Jahre, Juli? Letzten zehn Jahre. Genau. Ich würde anfangen und zwar mit der Italienischen Liga. Ist gar nicht so lange her, letztes Jahr, ein paar Monate ist es her. Italien, Saison 2021-2022, spannendes Meisterschaftsrennen zwischen Milan, Inter und Napoli. Napoli hat sich frühzeitig dann auch ausgeklingt. Am Ende war es dann ein Zweikampf zwischen Milan und Inter. Milan hat das Ding gerissen, ist Meister geworden. Am Ende mit 26 Siegen, acht Unentschieden und vier Niederlagen. Inter 25 Siege, neun Unentschieden und vier Niederlagen. Also Inter hat ein Unentschieden mehr gehabt und das hat den zwei Punkte. Milan am Ende 86 Punkte, Inter 84 Punkte. Ganz kurz die Kaderwerte. Ganz kurz, wie viele Spiele waren es? 38. Von 38 Spielen, 86 Punkte. Ist okay, ist okay. War jetzt nicht die Überfliegelsaison, aber ist okay. Acht Unentschieden. Also man hat schon Punkte liegen gelassen, beide Mannschaften, sagen wir es so. Milan hatte einen Kaderwert von 547 Millionen, Inter 558. Also same fast. Aufschlaggebend, da gab es ein paar Knackpunkte in der Saison. Die ersten elf Spieltage, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Milan Napoli beide mit 33 Punkten marschiert. Die ersten zehn Elf Spiele ohne Niederlage, alles gewonnen, ein Unentschieden oder so. Also echt gut wegmarschiert. Dann hat Milan immer, wie immer, so im Winter angefangen zu schwächeln. Immer gegen die kleinen Mannschaften vor allem. Immer gegen die kleinen Mannschaften, Inter wurde dann Herbstmeister. Dann gab es aber ein Derby, ich glaube, wir haben es noch zusammen gesehen, wo Inter auch noch 1-2 geführt hat. Und Giroud dann das 2-1 gemacht hat, schönes Tor. Ganz wichtiger Sieg, ey. Das war so der ausschlaggebende Punkt der Saison. Dieses 2-1 gegen Inter. Erste Derby war Unentschieden, 1-1. Und dann das war das 2-1. Das erste Derby war das, wo Hakan dann getroffen hat, so den Elfmeter. Somit hast du beide Spiele in der Liga gegen Inter nicht verloren, hast vier Punkte rausgeholt. Und das war der Knackpunkt. Milan hat dann die letzten sieben Spiele alle gewonnen. Inter hat, glaube ich, noch einmal gegen Bologna gepatzt. Und wo der Torwart so einen krassen Fehler gemacht hat, das war das Radu-Ersatz-Sorvatz. Das war ein Genickbruch für Inter dann. Das ist Romina, ne? Romina, ja, ja. Eieiei. Ja, genau. Da sieht man wieder, wie wichtig einfach die direkten Duelle sind. Ja, Mann. Du hast beide Derbys gegen den, der dich verfolgt, einfach einmal gewonnen, einmal Unentschieden. Und das war dann, wenn wir sagen, es ist eine Unentschiedenstrophie von Inter, kann man sagen, das ist in der Hinrunde. Das ist in der Hinrunde, ja. So, deswegen, ja. Das ist es. Und vor allem in Italien ist auch der direkte Vergleich, hat eine höhere Priorisierung. Also, erst kommt der direkte Vergleich, dann die Tordifferenz. Wiener Super League. War also, es ist, auch ein Unentschieden ist sehr wichtig. Auch Unentschieden sind sehr wichtig auf die lange Distanz. Und damit ist Milan, ich glaube, 2012, nach zehn Jahren das erste Mal wieder Meister geworden. Ein Jahr davor war es Inter in dieser Saison Napoli. Also in Italien wirklich jetzt alle vier Jahre ein unterschiedlicher Meister. Ja. Das letzte Spiel gegen Atalanta? War es das letzte oder das vorletzte? Das war das vorletzte. Programm Fiorentina, Atalanta, Sassuolo auswärts. Man hat alle Spiele gewonnen. Das letzte Spiel war hier, glaube ich, in Sassuolo. 3 zu 0. 3 zu 0, erste Halbzeit. Erste Halbzeit, 3 zu 0. Naja, crazy. Inter hat das letzte Spiel auch 3 zu 0 gewonnen. Also, die haben nur gehofft, dass wir patzen. Wir haben zeitgleich gespielt. Sassuolo auswärts. Sassuolo ist eine gute Mannschaft. Kann man schon patzen? Aber es war kein Auswärtsspiel. Wir haben Schwindelig gespielt, Bro. Es war kein Auswärtsspiel, Freunde. 21.000 passende Stadion rein. 18.000 Milan-Fans. War nicht wirklich so ein Auswärtsspiel. Hat den Inter nicht Statement, wie in der Türkei geht. Unfair, unfair. Ja, das war so das Spannendste, was in den letzten Jahren in Italien passiert ist. Ansonsten war es in den letzten zehn Jahren eine deutliche Machtdemonstration von Juve. Das war schon spannend. War spannend. Es war halt bis zum letzten Spieltag. Hätte Milan da gepatzt, Inter hat gewonnen, wäre Inter Meister geworden. Wenn es am letzten Spieltag sich erster Meister entscheiden muss, dann ist es spannend. Das ist spannend. Inter hatte auch die deutlich bessere Tordifferenz. Also, war schon spannend, ja. Wir erhöhen etwas das Niveau, gehen aber weiter zurück in die Vergangenheit. Wir gehen in die spanische La Liga. 2015, 16 Mai. Schönste Zeit. MSN gegen BBC. Und in diesem Jahr… Dieser Nachrichtensender, Bro. Lustige Ding. In diesem Jahr darfst du auch Atletico nicht vergessen. Ganz kurz paar Randnotizen. Atletico hat in diesem Jahr gegen Real Madrid im Champions-League-Finale gespielt. Atletico hat in der Saison Bayern und Barca aus der Champions-League rausgekickt. Er hat eine echt gute Spieler. Saul, Koke, Griezmann in seiner absoluten Prime. Das war auch in dem Jahr, wo dann die EM stattgefunden hat. Also, der Griezmann 2016 war somit einer der Besten, was man so von ihm gesehen hat. Die Liga war krass kompetitiv zu diesem Zeitpunkt. Bei Takol Saul, Bro, der war stark dieses Jahr. Der war richtig krass. Die waren alle stark. Atletico, wirklich, das waren… Haben mit Real und Barca Prime mitgehalten. Mitgehalten, ja. Aber Atletico hatte zwar in den letzten 5, 6 Jahren mal vielleicht 1, 2 Saisons, wo sie jetzt nicht so stark waren, aber sonst sind die immer im Meisterschafts-League-Finale. 2-14 Champions-League-Finale, 2-16 Champions-League-Finale. Eben, hatte ich gedacht. Beide gegen Real, beide verloren. 2-14 sehr, sehr unlucky. Hätten sie eigentlich verdient gehabt, bin ich ehrlich, Mann. Am Ende dann 4-1. Ramos! Ganz kurz, Barca's Kaderwert, du hast schon erwähnt, MSN, 726 Millionen zur damaligen Zeit schon, 2015, 16. Das war bevor Neymar diesen Rahmen mit 222 gesprengt hat. Luis Enrique, der Trainer. Und im Jahr davor hat man das Triple geholt. Also, das war schon eine brachiale Mannschaft. Real hatte einen Kaderwert von 715 Millionen, also auch same-same, wie schon erwähnt, BBC Real mit Ronaldo, Bale, Benzema, ein James, der noch damals 70 Millionen Markwert hat und eine gute Saison gespielt hat. Ja, Kroos, Modric. Kroos, Modric, Marcelo. Atletico-Markwert 419. 300 Millionen weniger wert als Barca's Kader. Und trotzdem so lange mitgehalten. Atletico ist Dritter geworden, hatte 88 Punkte, was auch, schau mal, Milan ist mit 86 Erster geworden, Atletico ist mit 88 Dritter geworden. Real Madrid, 110 Tore, 90 Punkte Zweiter und Barca 112 Tore, 91 Punkte. 91 Punkte, 90 Punkte, ist schon verrückt. Bei Real muss man noch anmerken, die hatten einen Trainerwechsel während der Saison. Die haben mit Rafael Benitez angefangen. Der hat bis Januar übernommen. Man ist in allen Wettbewerben drin gewesen und Sisu hat dann übernommen, hat das dann aber nochmal in die richtigen Bahnen gelenkt, die Saison, weil... Elf Sieger am Stück. Das ist es. Das ist es. Am 31. Spieltag hat der Barca sieben Punkte auf Real Madrid und sechs auf Atletico. Dann hat man das Klassico im Camp Nou gehabt am 31. Spieltag. Man führt 1-0 nach Standardsituationen, Piquet nach einer Ecke, 1-0 gemacht. Dann kommt Benzema und Ronaldo drehen das Ding. Das war, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo die Flanke kam von Bale, Ronaldo mit der Brust angenommen und dann so geschossen, Dropkick-mäßig. Damals waren noch Elf Klassicos das Maß aller Dinge, Mann. Auf jeden Fall, ja. Das war heftig. Eine andere Zeit. Klassiker. Durch diese Niederlage, die Real Barca angetan hat, hat Barca am 33. Spieltag gegen Sociedad auch noch verloren und am 34. gegen Valencia auch. Das heißt, Atletico war am Ende punktgleich. Am 34. Spieltag war Atletico punktgleich mit Barca und Real war nur noch ein Zähler dahinter. Wir sagen jetzt in der Süperlig immer, ja, die Sache ist gelaufen, fünf Punkte. Real hatte sechs Punkte Abstand, ein paar Parts gehabt und zack, warst du fast punktgleich mit denen. Also es ist wirklich bis zum letzten Tag, es ist alles möglich. Du kannst nie eine Mannschaft abschreiben. Darf man nicht, darf man nicht. Bevor es nicht zu Ende ist, darfst du niemanden abschreiben. Ich weiß noch, Atletico hat auch gegen irgendeinen Abschießkandidaten geplatzt. Genau, Levante. Letzter Platz am vorletzten Spieltag und am letzten haben dann alle drei gewonnen. Sonst hätten die, Tordifferenz war halt ein Problem. Atletico hat nur 63 Tore gemacht, die Hälfte war es. Aber ja, die wären punktgleich gewesen am Ende, hätten die das Spiel nicht verloren. Also wenn es da oben so eng ist, dann ist es egal, ob ein Abschießkandidat kommt, egal ob eine Mittfeldmannschaft kommt. Und man hat einfach zittrige Beine. Für den Absteiger ist es in dem Sinne leichter, weil für die, die sind eh im Arsch, ja genau, die haben nichts zu verlieren. Können auch ärgern. Der Erstplatz, der Zweitplatz hat alles zu verlieren. Deswegen, ja, im Meisterschaftsrennen ist auch sehr viel Mentalität gefragt und Durchhaltsvermögen. Da gab es auch Parallelen, die wir dann noch besprechen, wenn wir zur Türkei kommen. Erinnere mich dran. Ganz kurz, das war das Meisterschaftsrennen in Spanien 2015-16. War schon sehr spannend, dadurch, dass drei Mannschaften vertreten waren und bis zum letzten Spieltag noch alles drin war. Jetzt passt auf, Freunde. England 2018-19. Ich hätte auch noch die Saison vom letzten Jahr hineinnehmen können, wo City, ich glaube, 1-0 oder 2-0 zur Pause hinten lag. 2-0, glaube ich. Bro, also 2-0 und 3-2 gedreht. Ich glaube, diese Saison ist sogar eigentlich spannender. Eigentlich die. Eigentlich ist die spannender. Ich weiß gar nicht, warum du die genommen hast. Die war von der Punktzahl her und wie stark beide Mannschaften wären. Noch mal ein Tick krasser. Aber was Spannung angeht, das ist eigentlich die letzte. Deswegen, lass uns die ganz kurz anschneiden. Genau, ich hätte gesagt, 2-0, 1. Villa mit Steve Jarabas. Genau, genau. Er hätte Liverpool zum Meister machen können. Genau, und er wollte unbedingt, dass er Liverpool Meister wird. Dann kam Gündogan. 2-0, Bro, Gündogan, Rodri und dann nochmal Gündogan. Stark. 3-2. Ja, Mann, meint. Ja, das war 3-2. Ich glaube, Gündogan hat sogar eingewechselt erst. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Aber er hatte zu dem Zeitpunkt, wir kennen es von Pep. Da gab es noch Parallel dazu im Liverpool-Spiel. Hat Salah, glaube ich, getroffen. Ja. Aber er hat sich voll gefreut. Oder war es andersrum, dass die Fans… Ich glaube, die Fans haben gesagt, ey, City liegt hinten. Dann hat er sich voll gefreut und dann kam wieder so, kurz später, die haben sich mit den Fans zusammen so… Scheiße. Nee, die Saison ist safe, spannender. Die war spannender. Deswegen ist gut, dass wir sie erwähnen. Weil Liverpool hat zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die waren auch in allen Wettbewerben vertreten. Die haben letztes Jahr auch Champions-League-Finale gespielt. Also, die waren fast Meister geworden. Haben die den NFL-Cup geholt? Doch, doch. Die haben den Pokal geholt. Großpreis. Sind fast Meister geworden. Ein Punkt hat denen gefehlt am Ende. Und das Champions-League-Finale verloren. Und das Champions-League-Finale verloren. Champions-League-Finale. Unverdient verloren. Unverdient. Aber ich glaube, mit dieser Statistik jetzt aus dem Jahr 2018-19 festigen wir nochmal, wie krass Liverpool und wie krass Klopp eigentlich ist. Also, ganz kurz. Schauen wir mal. City hatte damals einen Kaderwert von 1,2 Milliarden. Sterling, De Bruyne und Sané. Alle drei über 100 Millionen. Sané, damals noch brachial bei City gewesen. Liverpool 1,17 Milliarden. Also, same, same. Salah, Mane, Firmino in ihrer absoluten Prime. Das war echt Prime-Liverpool. Prime-Liverpool. Die drei, Prime-Liverpool. Und da hast du, du hast es vorhin angesprochen, direkte Duelle. 0-0 in Anfield und 2-1 im Etihad verloren. City hat die direkten Duelle quasi für sich entschieden. Genauso, wie es damals mit Milan und Inter war. Und das hat denen das Genick gebrochen. Schau mal, Liverpool war führend. Passt dann zweimal in Folge. Man spielt gegen Manu und gegen Everton unschieden. Also, gegen die Lokalrivalen schlechthin. Manu und Everton spielst du unschieden. Das hat denen die Meisterschaft gekostet. Liverpool hatte nur eine Niederlage. Sieben unschieden aber. Am Ende 97 Punkte. Ich komme gleich nochmal dazu auf diese Punktzahl. City hatte am Ende... City hatte am Ende 98 Punkte. Also, zu der Zeit waren es wirklich mit Abstand die besten Mannschaften der Welt. Diese zwei haben den europäischen Fußball dominiert. Wie kein anderer. Und ja, verrückt, man. 97 und 98 Punkte. Schau mal. Mit 97 Punkte, du wirst dich meistern. Ich würde ausrasten. Ich würde meinen Kopf gegen sie anschlagen, Bro. Mit 97... Also, seitdem es die Premier League gibt. Die gibt es schon seit zig Jahren. Aber seitdem sie wirklich auch Premier League genannt wurde. In der Saison 92. Seit 30 Spielzeiten, okay. Seit 30 Spielzeiten wäre Liverpool mit diesem Punkteschnitt 27 Mal Meister geworden. Auf locker sogar. Nur 17, 18 hatte City 100 Punkte. Und ein Jahr danach hat Liverpool nochmal einen draufgesetzt. 99 Punkte. 18 Punkte Vorsprung auf City. Ist da Meister geworden. Die Saison, darf man trotzdem nicht kleinreden, Liverpool ist Champions League-Sieger in dem Jahr geworden. Ja, ja. Und Liverpool hat in dem Jahr die Champions League gewonnen. Und um hares breite Premier League nicht gewonnen. Sehr bitter. Also Klopp hätte wirklich so viele Titel mehr eigentlich haben können. Ja, aber ich glaube auch dieses, also ohne ein Pep Guardiola und dieses Manchester City, weil Liverpool nicht so stark. Das ist immer diese... Ronaldo Messi, Bro. Ronaldo Messi haben sich gegenseitig hochkippt. Genau, das war dasselbe bei den Trainern. So ein Goku wie Geta. So, wenn man so einen krassen Rivalen hat und beide ungefähr gleich stark sind, man versucht immer besser zu werden. Immer besser zu werden. Sakura Hinata, Bro. So, aber ich glaube trotzdem, Klopp wird denken, scheiß drauf, Maruk. Wäre ich lieber mit 80 Punkten Meister geworden, aber dafür Premier League. Schau mal, die hatten eine Niederlage. Das war eben die Niederlage gegen City. Ich glaube, war das nicht... Nur die? War das nicht da, wo Salah auf der Linie seinen Schuss gerettet wurde? Dieses ein Millimeter? Walker, glaube ich. Walker hat gerettet. War das... Ich glaube, Walker hat gerettet. War das nicht das? Ja. Dieses ein Millimeter, der Ball wäre fast dringend gewesen, Walker retten auf der Linie. Das war das. Das war das. Also... Oha. Nur deswegen, Osi. Und dann halt viele Unschieden, sieben Unschieden. Und dann die Unschieden gegen Manu und gegen Everton. Also Ironie des Schicksals. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Verrückt. Ich glaube, war krass, aber dass die wirklich Premier League so höher ansehen als Champions League. Ja. Verstehe ich nicht, Bro. Also ich verstehe es schon irgendwie, aber Champions League ist Champions League halt. Das ist Liga. Schau mal, Maid. Das ist auch ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Bei Real ist es zum Beispiel genau andersrum. Ich habe letztens ein paar Interviews geguckt von Ex-Realspielern. Die gemeint hatten, die Prämien damals, wenn du La Liga gewonnen hättest und die Champions League gewonnen hättest, war im Verhältnis 1 zu 10. Den juckt die Liga gar nicht, Bro. Für Real Madrid ist die Champions League das Aller, Allerwichtigste. Also wenn die in eine Saison gehen, die Champions League hat die höchste Priorität. Und dann kommt die Liga, natürlich. Da gibt es auch das meiste Geld. Also da schaut jeder drauf. Liga ist natürlich auch cool. Liga ist eigentlich auch sehr prestigeträchtig. Wieso feiert dann jeder wirklich die Premier League und sagt, ich würde lieber Premier League als Champions League. Aber die Premier League ist wie eine eigene Champions League. Ja. Du hast Chelsea, Tottenham, Man U, City, Liverpool. Sag mal die gleichen, Bro. Champions League ist so wirklich Europa. Champions League ist auch immer die gleichen. Ja. Oh, muss bloß Ding wie Real hat letztes Jahr Bayern rausgenommen. Ab und zu gibt es solche Underdog-Geschichten, aber ja. Im Grunde genommen, City und Real sind jetzt schon wieder im Halbfinale-Treffen aufeinander. Ihr habt beide recht. Ihr habt beide recht. Aber lass mal nichts. Mal gucken, ob ihr jetzt auch noch beide recht habt. Wir kommen jetzt zur Türkei. Aha. So. Es gab tatsächlich zwei sehr spannende Spielzeiten. Einmal wurde Gallermeister, einmal wurde Bezikoschmeister. In der Saison 2017-18 wurde Gallermeister. Da, wo ich im Stadion war. Fener hatte, glaube ich, zwei oder drei Punkte Abstand. War punktgleich mit Basakschir. Und Bezikosch hatte einen Punkt auf Fener. Also es waren vier Mannschaften im Meisterschaftsrennen. Aber... Sorry, ich war 18, 19 im Stadion. Sorry. Das war 2017-18. Aber ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Wirklich spannend. Die Saison war tatsächlich die Corona-Spielzeit 2020-21. Schade, dass da keine Fans erlaubt waren. Wirklich schade. Mit Fans, glaube ich, wäre es nochmal was anderes gewesen. Aber ganz kurz. Ja. Ich fange nochmal an. Also Bezikosch. Sehr genial schon als Trainer. Gala, Fazit Terim und Fener mit Erol Bulut und Emre Bellosolo. Da wurde auch der Trainer gewechselt bei Fener in der Spielzeit. An diese Saison habe ich nur schlechte Erinnerungen. Wo sie gar nicht so schlecht war? Nein, aber spielerisch. Kein einziges schönes Spiel habe ich von Fenerbahce in dieser Saison gesehen. Kam nicht Özil im Winter? Der kam im Winter. Ja, ja. Ich hasse diese Saison über alles. Ich hasse sie. Lustiger Funfact. Fener hatte in dem Jahr den höchsten Kaderwert. 115 Millionen, Gala 107. Weil die halt zehn Spieler mehr hatten wahrscheinlich. Kann sein, ja. Gala 107 und Bezikosch 104 Millionen. Also auch eng beieinander. Es gab, das ist auch eine Sache, die eigentlich ist mir bei der Recherche wieder aufgefallen. Du hattest vor ein paar Jahren 34 Spieltage. Jetzt hast du so viele Spieltage. In dem Jahr hatte man 42 Spieltage. Das kann doch nicht sein, Bro. Man muss doch irgendwo einpendeln können. Außer in der Region. Premier League, Bro. Türkscher Premier League, Bro. 42 Spieltage, 21 Liga-Teilnehmer. Feierlich aber, Bro. Je mehr Spiele, desto mehr haben wir zu sehen. Nein. Nein, da leidet die Qualität drunter mit mehr als schlechteren Mannschaften. Ach so, aber wenn achte Mannschaften spielst, Super League Ding gewonnen oder was La Liga braucht. Aber an sich ja, weil wenn umso mehr Mannschaften dabei sind, umso mehr Müll ist auch dabei. Ja. Deswegen. Und mehr Spiele, wenn man europäisch mal wieder ein bisschen am Start wäre, dann wäre es auch scheiße, wenn man noch mehr Spiele hat. Zum Beispiel. Nein. Naja. Fener wurde am 21. Spieltag Herbstmeister. Mit einem Punkt Abstand auf Gala und drei auf Gala. Fener wird seit zehn Jahren Herbstmeister, Bro. Sorry, habe ich Gala gesagt? Also ein Punkt Vorsprung auf Besiktas und drei auf Gala. Sowas. Also, am 34. Spieltag war Besiktas noch Erster. 72 Punkte. Fener zweiter 69 Punkte. Gala dritter 66 Punkte. Gala hatte sechs Punkte Abstand auf Besiktas am 34. Spieltag. So. Dann kommt der 38. Spieltag, wo Fener 0-0 in Alange spielt. Und Besiktas damit fünf Punkte vor Fener ist. Immer noch sechs vor Gala. Dann kam dieses glorreiche 7-0 gegen Hatay. Ihr erinnert euch daran, ne? Sieg immer der Erdogan. 7-0. Er sich das Maul zu voll genommen hat. Er gewinnt ein Ligaspiel, ich weiß gegen wen. Und danach redet der, ja, Besiktas kommt mal her. Aber Hatay war stark. Die sind Sechster geworden. Die waren stark. Bob Penzer oder Bupenzer. Penzer, ja. Hatay war gut. Hatay war stark. Deswegen war es auch so überraschend, dass die 7-0 gegen Besiktas verloren haben. Aber Besiktas war richtig stark zu der Saison. Auch spielerisch. Und haben den Bestfußball der Liga gespielt, 100%. Safe. Und auch verdient Meister geworden in dem Jahr, finde ich. Am 40. Spieltag, also zwei Spieltage vor Ende der Liga, trifft Gala auf Besiktas im Derby zu Hause, im Neff-Stadion. Gala gewinnt 3-1 durch Tore von Babel. Das wurde vorgelegt von Getson, übrigens der damals noch bei Gala war. Ich glaube, Arda hat noch getroffen und... Wer hat das 2-1 gemacht? Arda hat das 3-1 gemacht. Falcao, Elfmeter. Falcao, Elfmeter, ja. Genau. Dadurch ist alles etwas enger geworden. Besiktas ist Erster immer noch mit 81 Punkten. Fenner ist Zweiter, hat 79 Punkte. Wichtig jetzt. Gala 78. Es kommt der vorletzte Spieltag. Gala gewinnt 4-1 gegen Denizli, die dann auch abgestiegen sind. Besiktas verliert gegen Karo Gimbrück, die vielen in diesem Meistungs-Training ein Bein gestellt haben. Ihr habt auch Punkte verloren gegen die. Und Fenner hätte Erster werden können. Sie verlieren zu Hause gegen Sivas. 1-0. 1-2. 1-2. Hätten die dieses Spiel gewonnen, hätten sie 82 Punkte. Bechios hat verloren. Ihr werdet Erster gewesen. Zum Glück haben wir es verloren. Das hätten wir Emre Bello jetzt noch an. Aber okay, ich weiß nicht. Das ist krass. Denizli spielt 4-1. Und ich glaube, Emre Akbaba hat da den Elfmeter verschossen, Bro. Also wirklich vorletzte Woche. Du verschießt den Elfmeter, Bro. 5-1 wäre es gewesen. Jedes Tor ist wichtig, Mann. Jedes Tor ist wichtig, Bro. Ich weiß nicht mehr. Ey. Man kann jetzt immer überall rumkramen. Aber das ist jetzt so auch spontan in meinem Kopf. Bevor er jetzt sagt. Was labert der? Aber es gab noch ein Tor in den letzten Wochen. Ryan Babel, Bro. Der Ball war wirklich hier. Also Schulterhöhe. Das Tor wurde aberkannt. Dass er mit Hand gespielt hat. Was völliger Schwachsinn ist. Wenn ich so drüber nachdenke. So diese Tore, die tun mir so weh, Mann. Eskosch macht 7 einfach so gegen Hatay. Ja, so weißt du was. Das war echt. Weil im direkten Vergleich, im Hinspiel haben wir 3-1 verloren. Und im Brückspiel dann 3-1 gewonnen. Sprich, dann hat dann wirklich nur die Tor-Differenz, Bro. Eine Tor, Bro. Besiktosch hatte eine Tor-Differenz von 45 plus und Gala 44 plus. Beide 84 Punkte. Deswegen, Bro. Ich überlege so gerade. Diese Sachen fallen mir in den Kopf. Und wir haben damals noch einen Videodreh gehabt. Genau. Und wir haben dann so ganz halt Live-Score geschaut. Wir konnten das Spiel nicht mal sehen. Wir haben das Spiel nicht mal gesehen. Weißt du, ich habe noch diese Konferenz geschaut. Alle drei. Alle drei. Der sagt mir so, der aktualisiert so. Keister hat 1-0 geführt. Ich sage so, ey, Keister führt 1-0. Der ist schon. Ja, Mann. Ja, Mann. Stimmt. Keister führt 1-0. Nein, das war gegen Fenner. Stimmt, Keister hat gegen Fenner gespielt. Keister hat gegen Fenner gespielt, führt 1-0. Ich sage so, ey, Fenner liegt 1-0 hinten. Wir sind abgekackt. Du hast voll gelacht und so. Aber Malatja hat 1-0 geführt. Malatja hat auch 1-0 geführt. Bro, Malatja, Adem Bück, Ex-Gasreis-Spieler, trifft gegen uns. Der, nicht entschuldigt, aber der hat so Respekt gezeugt mäßig. Und ich glaube, Simi Kaya hat da auch noch gespielt. Und da gab es so einen Clip, wo die den ausgefiffen haben. Und da hat er so in die Menge geschrien, ey, soll ich jetzt keinen Fußball mehr spielen oder was? Mäßig. Also so, ich verdiene hier mein Geld. So, ich liebe Gasreis, mein Ding-Verein, aber ich muss trotzdem spielen. Du weißt doch, blöd, die Fans. Was erwarten? Also Bro, aber auch in dem Ding haben zwei Gasreis-Spieler, hat uns vielleicht die Meisterschaft gekostet. So ein Ex-Gasreis-Spieler. Also echt betrisse so. Also KS3 hat 1-0 geführt. Malatja hat 1-0 geführt. Gösteppe gegen Becher stand zur Halbzeit 1-1. Am Ende haben alle gewonnen, die haben es gedreht. Galah hat auch 3-1 gewonnen. Fennert hat 2-1 gewonnen. War dann zu spät. Jeder hätte Meister werden können. Das ist halt das Spannende. Hätte Fennert nicht gegen Sivers gespielt, die by the way Fünfter geworden sind. Also die waren schon stark in dem Jahr. Ich glaube, die haben auch gegen euch, ihr habt auch gegen Sivers Punkte liegen gelassen. In der Saison. Bestimmt. Es hätte halt wirklich noch so zwei Wochen vor Ende. Jeder hätte wirklich Meister werden können. Jeder hat es in der eigenen Hand gehabt. Das ist krass. Bro, mir fällt das auch noch ein. Ich weiß nicht, ob es zum Video passt. Aber nach dem Spiel, paar Stunden später, Getson hat auf Instagram gepostet. Thanks, Gasreis. Einfach nur das. Und ich denke mir so, okay, der ist weg. Halbes Jahr später, das war Wichterisch-Spieler. Das war auch so der Saison, wo Wichterisch-Meister geworden ist. Der ist Erfolgsfan, Bro. Ey, also Respekt an Gala und Fener, dass sie mit, ich erinnere mich ja auch an Gala's Kader. Chöp, Digga, was war das? Sag mal ehrlich. Ein Arda Turan mit 10 Kilo Übergewicht. Babel, Arda Turan. Babel, alter Babel im Sturm. Falkau war da noch da? Falkau war da noch da. Aber jedes zweite Spiel verletzt. Ja. Aber, Bro, ihr habt echt am meisten gebottelt, Bro. Was? Dieses Zivarspiel, Bruder. Gewinn dieses Zivarspiel, du bist Meister, Digga. Ja, natürlich. Aber schau mal, die Mannschaft war auch. Das war Müll recycelt aus Spielig-Mannschaften, Bro. Der Emre hat einfach alle 20 andere Spielig-Vereine angerufen. Hallo, Emre. Können wir einen von euch haben, Digga. Er hat, ich glaube, 19, 20 Spieler transferiert in diesem Sommer. Ein Samanta hat auch noch damals bei euch gespielt. Samanta hat 6 Millionen Nummer 10 bekommen. Özil kam im Winter. Deswegen hatte Feyenoord auch so einen hohen Marktwert. Man hatte schon viele. Altair hatte einen hohen Marktwert. Osan Tufan war noch da. Irfan 11 Millionen in dem Jahr. Pelkaz. Nein, warte. Doch, doch, doch. Kam Irfan ein Jahr davor oder in dem Jahr? In Spanen dem Jahr. Im Winter. Nein, Özil kam doch nicht im selben Ding. Das glaube ich auch nicht. Irfan kam davor. Hat er bei mir immer noch denselben Marktwert. Es geht darum, warum Feyenoord so einen hohen Marktwert hat. Pelkaz 7 Millionen Marktwert gehabt. Samanta 6 Millionen. Ja, aber so spielerisch Cep. Ein M-Rebellisola hat ja dann übernommen während der Saison. Der hat aber gut Punkte gemacht, nachdem er gekommen ist. Ja, ich glaube, der hatte zehn Spiele, glaube ich. Die letzten zehn Spiele hat er gemacht. Hat, glaube ich, acht gewonnen. Das Wichtigste hat er verloren. Und einen Mündchen und eine Niederlage. Das Zivas-Spiel hat, ja. Ja, das war schon krass. Also, aber ich kam mir gar nicht so spannend vor, ehrlich gesagt. Okay, das Zivas-Spiel und der letzte Spieltag war dann für mich. Aber, ja. Digga, beide müssen unentschieden oder verlieren. So, wie wahrscheinlich ist das. Aber für Galah und Besiktas leckt mich am Arsch. Ein Tor, das ist krass. Ich erinnere mich auch daran, dass wir sind in diesen letzten Spieltag gegangen und wussten, okay, bei Fenner ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Die zwei, drei Wochen davor sahen aber anders aus. Eben als Besiktas gegen Kargümrück gepatzt hat und auch davor gegen Galah gepatzt hat. Das war ja wirklich so, mäßig, Galah hat ja diese Saison, oder Besiktas hat diese Saison Fenner eingefallen getan, indem sie gegen euch gewonnen haben. Und Galah hat in dem Jahr Fenner eingefallen getan, indem sie Besiktas besiegt haben. Weil Besiktas hatte schon einen guten Vorsprung eigentlich. Und am Ende ist es noch sehr eng geworden. Ihr hattet sechs Punkte Rückstand auf Besiktas, am 34. Spieltag noch. Am Ende Punktleger so, wutschwitzig, wutschwitzig. Diese Comebacks. Eine typische Fatih-Tirim-Saison. Du startest scheiße, machst dann im Winter, machst im Winter gute Transfers und dann machst du so gegen Ende mal Comeback. Das war jedes Jahr von Fatih-Tirim. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, was wäre passiert, wenn da Fans dabei gewesen wären? Mit Fans, ein bisschen Stimme. Es waren wirklich ganz lange keine Fans. In dem Jahr, in dem Jahr, pass auf, es ging bis 2021. Danach kam ja die Europameisterschaft. Bei der EM haben die erst angefangen. Das Champions-League-Finale damals, Chelsea City, da haben die ja angefangen, ein paar Fans reinzulassen. Aber Besiktas-Gala, das war das vorletzte Spiel oder so, da war wirklich kein einziger Fan auch da. Ich will noch eine Sache erwähnen. Da hat ja Abubakar gestreikt, die letzten Spiele. Wollte ja nicht auflaufen. Also es hat auch nochmal sehr, sehr viel Unruhe und du verlierst deinen besten Spieler, den besten Stürmer der Liga zu dem Zeitpunkt. Einfach hat keinen Bock mehr, er will nicht spielen. Ich glaube auch deswegen wurde es noch enger, als es hätte werden können sollen. Besiktas hatte eine gute Mannschaft. Wir haben letztens im Top-Score-Duo, Larian, Abubakar, ein Rosier-Prime, der war auch geistkrank stark. Mitfällt Joseph de Sousa, der sehr, sehr stark war. Ja, Besiktas hatte einen guten Tag. Besiktas hatte die beste Mannschaft in dieser Saison und auch den schönsten Fußball haben sie gespielt. Esserl hatte 17 Tore und Larian 19. Schau mal, deine beiden Flügelspieler so. Abubakar hatte auch seine Tore. Eben, eben. Abubakar, es war ein gutes Trio. Es war echt ein gutes Trio. Vielleicht kommt ja die besten Trios. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ganz kurz, wie würdet ihr es ranken? Wenn wir es ranken wollen, ich würde auf jeden Fall die Meisterschaften, wo es am letzten Spieltag noch offen ist, nach vorne heben. Natürlich. Im Grunde genommen war es bei allen Meisterschaften, die aufgezählt wurden, am letzten Spieltag noch möglich. Also auch in Spanien, auch in England. Was kommt dann? Was packen wir auf Platz? Punkte, die Punkte, wie, also was für ein Punkteabstand? Genau, genau. Gleichpunktzahl und Ding oder Gleichpunktzahl hatten wir nicht in der Liste, aber ich würde mal sagen, doch, natürlich, natürlich. Also, ich sage, vom Spannungsfaktor geht die Südklick-Saison auf Platz 1. Das können wir vor... Echt? Doch, doch, doch. Nein, Mann. Es war ein Torunterschied. Oh, alle drei hätten Meister werden können, Bro. Alle drei hätten Meister werden können. Bruder, in dem Spiel, Liverpool-City. City ist 2-0 Rückstand. Dieses Spiel entscheidet alles. Spannender geht es nicht, Mann. Liverpool... Ist das auch ein Rückstand? Ja, okay, aber das ist nochmal irgendwie, das ist krasser, Mann. Das ist irgendwie 2-0, vor allem dann mit dieser Geschichte, Sieben-Jerrall, Zehner von Villa und so, schießt der Liverpool-Meisterschaft. Das ist krass, ja. Ich finde das nochmal krasser, irgendwie da waren es irgendwie mehr Ab- und Downs. Ab- und Downs in den letzten Spielen noch so. Ich würde die Super League-Saison auf Platz 1 ranken, weil Fennert einfach zwei Spieltage vor Schluss es auch noch in der eigenen Hand hatte und man hätte auch noch am letzten Spieltag Meister werden können. Es waren drei Mannschaften, in England waren es zwei. Ja, du hast... Ich kann dir nicht widersprechen. Das ist einfach jetzt geschmacksam. Also nach meinem Empfinden so... Vielleicht, weil ich einfach so einen Hass auf die Saison habe, vielleicht will ich die einfach nicht auf einziehen. Aber beide Saisons sind krass. Lass mal unten anfangen. Was tun wir auf Platz 4? Ich wähle nochmal. Ich hätte auch gesagt... Ich hätte sogar La Liga gesagt. Bei La Liga war es halt so, dass der Abstand war geringer und Atletico war noch mit dabei. Ja, okay, dann geben wir die Serie A Platz 4. Weil ich hätte ja Serie A den vierten Platz gegeben. Serie A Saison 21-22. Also für mich ein Traum. Das war die 21-22 Saison. Aber du als Miner-Fans, dein persönliches Empfinden, war das wirklich so eng am letzten Spieltag? Hattest du noch irgendwie Angst? Irgendwas? Du kannst ja am besten berichten. Wir hatten die letzten Spiele, da war Lazio noch mit dabei, auswärts. Wir waren 1-0 hinten. Fiorentina war mit dabei, 1-0 gewonnen. Atalanta war noch drin. Sassuolo auswärts. Verona ist auswärts ganz, ganz schwierig zu spielen. Also es waren 5, 6 wirklich schwierige Spiele. Unser Restprogramm war deutlich schwerer. Alle sieben gewonnen. Und nachdem Theo dieses eine Tor gegen Atalanta gemacht hat, ich war so selbstbewusst, weil zwei von drei Ergebnissen hätten ausgereicht. ging es so. Allein Unschieden hat gereicht, du hast die direkten Duelle gewonnen. Und dann ging auch nach 15 Minuten, stand es 2-0 für mich, war okay, krass, du bist ein Meister. Deswegen, es war sehr spannend, es war auch sehr schön, dass man wieder so spannend war. Wäre Napoli noch mit drin gewesen, ein bisschen länger, dann wäre es vielleicht anders, hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber Napoli hat sich dann irgendwann verabschiedet, am Ende sieben Punkte Rückstand gehabt. Ich hätte auf Platz 4 die Serie A gerankt, auf Platz 3, auf Platz 3 packe ich die La Liga. Aber da waren es halt 3. Was ist die La Liga? Saison? Saison 2015, 16. 15, 16. Genau, sorry. 2015, 16 La Liga. Aber wirklich ganz eng beieinander. Eben nur, weil eben bei Liverpool City noch in der Halbzeit Liverpool-Meister war. Das meine ich ja. Das ist halt das Krasse. Aber auch das, und allein wegen MSN, BBC Prime und diese Duelle und die Qualität, die einfach in dieser Liga war. Einen Platz auf dem Protest haben sie sich verdient. Platz 3. Doch, doch. Ich sage, auf Platz 2 wäre dann bei mir Liverpool City Saison 2, 21, 22, 22. Ich kann mich nicht entscheiden. Bei mir wäre jetzt die Super League Saison 20, 21, aber ich kann auch das... Ist schwierig. Nee, also ich bleibe dabei, aber ich kann auch verstehen, wenn man es anders so macht. Nee, ich sage City Liverpool, Platz 2, Platz 2, 1, Super League. Same, same. Ich sage auch wie Meir. Aber auch nur aus dem, Aspekt einfach, weil drei Mannschaften noch voll im Rennen drin waren und Feneres noch gebottelt hat am letzten Spieltag, am vorletzten Spieltag gegen Sievers zu Hause auch noch. Ey, ich hätte aber noch zwei Honorable Mentions. Aha. Ja. Einmal Bayern, 21, 22, nein, Spaß. Nein, nein, pass auf. Einmal Premier League 2011, nee, 2010, 2011. Oder 11, 12, glaube ich, war es irgendwie so. Aguero. Bro, Minute 93, Sekunde 20, Bro, die haben ein Trikot dafür so gemacht. Nein, hätte ich nicht gesagt, die letzten 10 Jahre, dein Meir ist auf Platz 1 gewesen. Ja, um es einfach die Liste spannend zu machen, haben wir das rausgenommen, extra 10 Jahre. Aber ja, das wäre spannend. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt dran gedacht hättest. Super League 2011, 2012 im Schükrü Sarajodo, Bro. Garzrei oder Fener, Finale im Playoff-System, sag ich mal. Bro, also Garzrei durfte unentschieden spielen oder verlieren und Fener musste gewinnen. Und genau in diesem, also geht eigentlich vielleicht sogar wie in diesem Jahr, Garzrei und Fener im wirklichen direkten Duell. Krass. Das war auch ein sehr, sehr krasses Saisonfinale. Ja, dieses Playoff-Ding nimmt halt ein bisschen die Dinge raus. Ja, aber im Endeffekt, Bro, war es wirklich ein Derby, das jetzt alles entschieden hat. Ich glaube, diese Super League-Saison hätte alles in den Schatten stellen können. Leider hat Fener gebotelt, also kriegen wir dieses spannende Finale nicht. Schade drum. Ey, ich sag dir eine Sache noch, ganz kurz, ganz kurz, eine Sache noch. Ja, ich war letzte Woche genau deiner Meinung. Am Montag hier im Stream war ich genau deiner Meinung. Jetzt nach dieser Recherche habe ich gesehen, ja, ich bin immer noch dieser Meinung. Aber es hat mir gezeigt, wie viele Meisterschaften sich noch in den letzten zwei, drei Spielen entschieden haben. Das ist verrückt. Und wie viele Mannschaften in den letzten zwei, drei Spieltagen noch mal nach vorne kommen sind. Es wurde noch mal enger. Es kann wirklich alles passieren. Ja, das ist krass. Sechs Punkte Spiel, Bro. Galah muss einmal verlieren. Wenn Galah einmal verliert, dann bringen wir nochmal. Gegen wen? Sie sehen keinen Gegner für. Ey, Bro, das ist jetzt nicht Platz für dieses Video, Freunde. Für mich ist das Ding durch und wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ja, Mann. Wir haben euch bisher in die Vergangenheit zurückgeholt und wir hoffen, unsere wöchlichen Specials gefallen euch und wenn ihr weitere Ideen habt für Specials, bitte gerne in die Kommentare reinschreiben. Ihr kennt das Spiel, liken lasst da, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bro, das wollte ich sagen. Ich habe gesehen, sehr, sehr viele Leute, aber abonniere uns wirklich nicht. Die auch so Leute, die jedes Mal im Stream sind und so, die haben uns nicht abonniert. Deswegen, was ist denn los, du? Einfach mal drücken, komm. Was ist denn los hier? Gibt euch einen Ruck. Komm. Danke fürs Zuschauen. Peace. Yes, I am.